Keine Ahnung Achja Ich glaub ich komm nicht an die Lava ran ohne dass mich der scheiß garst nervt Wo ist denn meine Lava? Da vorne Ich hab doch schon so Lava Dings gemacht So ein Lava Teil Ja aber ich muss die Teile dafür Ich hätte das ja draußen holen können aber na egal Was ist denn? Achso genau Man kann das auch Man hätte mir auch da bei der Pumpe holen können Ja Da hab ich mir nicht 4 Stacks von den Lava Celts gemacht Alter Schwede Ich brauch die wieder für meine Titels Ja ich weiß ich befülle die aber jetzt eben im Heimer Die Celts die kosten dann nur du kriegst die doch nicht wieder Ja und? Naja toll verbrauchst du wieder Eisen Ach äh Silber Ja aber wenn die erstmal ordentlich voll sind Dann hast du erstmal was Ja klar Und bis dahin hast du die Rohstoffe auch schon wieder dann Weiß haben wir Weiß Weiß haben wir Weiß Besonders mit meiner Tötel Query ne? Hm Die lässt du diesmal nicht laufen Mach dir ne kleine daraus Hast du mal gemerkt dass der Server bis jetzt geleckt hat? Nö Lüft eigentlich einwandfreie Und ich hab doch gesagt ich mach mir ne kleine daraus Diesmal Äh Johnny hast du Blaze Watts? Hab ich mal gehabt in irgendeiner Kiste Ja Und renn doch durch die Wüste Ne 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 sind doch die Blumen Ja ich brauch aber die Stangen damit ich mir jetzt eben Also in unserem Haus hatte ich irgendeine Kiste Ja ist gut hab ich gefunden Hm Ich würd mir wenigstens ne Enderkiste machen und ne Ne Tank Ja ich hab mir da unten in der Tank gemacht Für meine Geothermal Generator Ja Wenn wir des Strom was Boah wie viel Lava da verbraucht wird Er verbraucht die ganze Lava hier Kann auch Die Smeltwee läuft Aber die braucht eigentlich nicht so viel Warum ist der schon wieder leer? Ja Ja weißt du Klar weißt du warum Weil die Geothermalen Generatoren erstmal einmal anziehen Ich hab doch grad nur einen angeschlossen Ja der zieht den jetzt erst einmal leer Ja Ja Oh ne Ist ja auch Optimus was machst du? Wieso Optimus? Du leckst Du leckst wieder Boah Immer noch Ja Mach doch Du leckst voll krass da Doch jetzt ist es aber richtig viel Das werden wir schon die Ständer dann nach drüben Ja Mach doch Ne du leckst aber wirklich extrem krass Ja ja Echt jetzt? Ne Diehst du sowas glaubt dem nicht Der glaubt uns nicht ne? Ne Deswegen Lass ihn Lass ihn in seine Ich hör das ja nicht Ja aber wir Und das Nervt Reicht schon Ja das sind wahrscheinlich die anderen beiden drüben Warum? Ja weil Haben die Internet oder? Ja Ja und zapft doch einfach bei denen den Checker raus Nö Bin ich du? Haben wir kein Obsidian? Ich krieg kein Rappel hier Boah ich freu mich schon wenn ich meine 150k leiten krieg Arschloch Ey du Mach mir doch nen Kauf der einfach Modul wieder richtig splittet Hm Na was kannst du mir denn da empfehlen? Ich hab äh Beschissenes Hm Ey umstellen musst du wieder Hä? Mein Modem ist ja durchgefiffen Wie das denn? Ja weiß ich auch nicht Frag mich mal was besseres Nö Musste ich kurz vor Ladenschluss erstmal noch In einen gewissen Laden fahren Und mir da so ein neues Ding holen Hm In einen gewissen Laden Du brauchst jetzt keine Werbung machen oder was? Nö Es ist aber nicht der mit dem M Bei uns ist das was anderes Bei uns ist das der Experte Nö 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 Ich kann nochmal stehen blau nach unten oder blau nach oben das was ankommt Äh rot nach oben Johnny was machst du damit? Was? Mit dem Tank? Ich komm da nicht dran Wer zieht da so viel von dem Tank weg? Keine Ahnung Der wird sich auch noch nicht mal voll ne Ja die Dann müssen wir einfach Die Dings besser machen Die äh Jetzt füllt er sich Die Engines müssen wir einfach besser machen Hast du grad umgedreht? Bei dir? Ich drehe mal um bei mir Ja jetzt füllt sich das auch wieder Ja jetzt füllt sich das auch wieder Was machst du damit? Ich hab drei Geothermal Engines da dran Was willst du da sagen? Dann ist das normal ja Drei Geothermal Generatoren Alter Johnny hat da umgedreht Leer wieder Alter Ich weiß gar nicht ob du den Äh Alter Dreh den mal wieder um Was machst du mal? Ich bin das Ich klau grad die Lava Was machst du damit? Meine Zelts füllen Boah Geh in die Hölle damit Oh reicht aber Das waren 50 Stück Naja unglaublich ey Lass mich meine Tertel auch noch füllen Aber ich füll die mit Eimern Dann bleiben die Eimern 50 50 reicht erst mal Ja du füllst ja mit Zellen Dann geh die Zellen weg Ich füll die einfach mit Eimern Und die Eimer bleiben wieder Al.. 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 Ne, ich meint nach dem Flash, aber Flash hat sich ne Pumpe gebaut, ne? Ne. Was ist meine Pumpe? Das ist schon die seine. Ja, ich meint bei dir hast du eine gebaut, oder was? Nein! Oder du? Ich hab mir nen Endertank gemacht. Jetzt ist sie leer. Jetzt ist der Tank leer. Ja, aber ich bin grad da, was bei, chill da mal. Ach, okay. Ich meint ja auch eigentlich den Endertank. Jetzt ist es wieder voll. Ja. Was hast du da unten gemacht? Hast du da mehr dran geschlossen? Oh, Spider! Ich hab dir alle auf den Magnetic Engines geupgradet. Ach so, ja gut. Ach so, dass die besser gepumpt werden, ne? Ah. Ja. Ach so. Ich bring dann viermal Tüftchen. Boah, scheiß Garst, halt die Fresse da oben, echt. Kill den doch einfach. Ich gehst mir auf'n Geist. Haha, auf'n Geist. Soll ich dir helfen? Ja, der wird da oben. Bring mal einer Gloucester mit. Nö, für dich nicht. Ah, das ist ein Boss-Ghost. Geweck hier. Ich bin direkt. Tschö, wir sehen uns. Und tschüss. Das ist doch kein Boss-Ghost. Ja klar, wenn der umleuchtet ist, dann... Geh, der macht mein Portal kaputt. Der ist nicht umleuchtet. Man sieht sich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Lass mich in Ruhe mit dem Ding. Bloß weg, Jörg. Exkavate. Oh. Und ich hab ja kein Problem Lust dran zu kriegen. Ich hab bei mir so'n Nether-Turm stehen. Achja, aber das ist ein... Nether-Tower. Ja, vorher war das eigentlich so'n Ice-Tower. Weiß ich nicht. Den ich eigentlich schon platt gemacht hatte. Er hätte auch so viele platt gemacht, aber irgendwie war ja... Irgendwie ist hier was passiert, aber ich weiß auch nicht genau. Ich glaub, die hatten irgendwie ein Backup oder so. Aber so genau kann ich jetzt nicht mehr sagen. Lass mal Johnny ihn holen jetzt. Warum? Ich bin froh, dass du jetzt Server habt. Ich kann auch nix dafür. Nee, weil Johnny fängt sonst gar nicht mal an zu weinen. Nein. Ich hör' euch gar nicht richtig so wirklich. Jaja. Weil du Musik wieder laufen hast, ne? Ja. Ist ja nicht schlimm. Lass doch ruhig laufen. War ich nicht. Gönn' ich dir ja. Sag' ich ja nix. Oh, Dad's dirty! Oh, wieder Sand. Dirt Power! Dirt 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 dirt. Dirt dirt. Dirt dirt. Dirt dirt dirt. Dirt 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 dirt. Dirt 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 dirt. Boah, jetzt hast du eine Langeweile. Dirt 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 dirt. Ja, ich bin schon ruhig. Ausnahmsweise. Du hast nichts leise. Ich geh' mal ein bisschen Mammutskillen. Viel Spaß. Oh, ich hab' nichts mehr zu fräsen. Ja toll. Hier steht das erste Portal. Also Diamond Store. Was? Das ist irgendwie abgeschaltet. Das ist irgendwie abgeschaltet. Ich stört's ja nicht. Oh, wie schwule Eukalyptus-Wut aussieht. Ach, ist pink. Das ist doch dein, das ist doch deine Farbe. Was stehst du da drauf? Fresse. Fresse. Wie weit ist jetzt eigentlich der Kanal-Trailer? Ich soll sagen, von 100% ungefähr 0. Welchen Kanal-Trailer? Ja, wir wollten auch einen Kanal-Trailer machen. Wer, Johnny? Weil die Stimme so gut passt. Was geht ab. Was geht ab. Was geht ab. Oder sagt nicht. Macht was ihr wollt. um wombo bahnbar Spritze 2 bahnbar aus die Brücken ich höre zu alt und geilen Kölfer und die geile Mucke alte keiner von euch er will könnten er hat Leila gemacht Boah Jungs, habt ihr irgendwie einen Schaden oder so? Boah ich hasse das, wie lange es einfach so ein Maservator ist, das regt mich auf. Ja was willst du mit Maservator? Aua? Ich muss dich mal in den E-Sus stecken. Hä? Wenn du doppelte Items brauchst, dann schmeißt du dich doch in eine Smell-TV rein. Ich muss, um das im E-Controller zu haben, muss ich Silikon machen. Da muss ich Neta-Quartz für Maservator und dann wieder einschmelzen. Hatten wir irgendwo Wabazid? Wabazid? Ja die einen sind da, klar. Was eher Suizid. Welche Wabazid? Die ich meine oder die anderen, die Kautschuk? Die ganz normalen Kautschuk. Ja ne, da sind doch welche vorne am Haus, bau die doch ab. Ne, ich würde stehen lassen. Die funktionieren auch mit Recaptulator. Doch mach ruhig, dann verlangst du einfach einen neuen hin. Du kriegst doch sofort Setzlinge raus. Mit Recaptulator ist das einfacher, statt mit dem Timber-Mod. Ja. Und dann sofort die Blätter mit weg. Jo. Ja, das ist gut, dass ich den mit reingenommen hab. Ja, ist doch besser so. Ohne wäre das ja kacke. Besonders wenn man so eine riesen Bäume hat. Jo. Dann brauchen wir nur eine ordentlich verzauberte Axt. Nein, brauchst du eine Kettensäge. Ist besser. Oder eine Kettensäge, ja das stimmt. Ich glaub die Fussi gehen auch damit. Und sie haben ja vier Bäume stehen. Ja und? Ist halt gar keine. Ohne scheiße, wo ist das am Längen, wenn ich in die scheiß Kiste gucke? Ich sehe auch nicht was du da drin hast. Darum. Weil du doof bist. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Müllfisch. Nef. Oh, das ist ein Alligator. Schon wieder Alligator. 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 Der singt gleich. Willst du mit mir im Fluss schwimmen gehen? Willst du mit mir im Fluss schwimmen gehen? Willst du mit mir im Fluss überschwimmen? Alter! Drogen nehmen. Lizard, kenn? Die scheiß Lizard-Dinger, ey. Die Nerven. Dann würdest du rote Rosen realisieren. Wusstest du das noch nicht? Lizard, Lizard, Lizard. Nerven, ich stirb. Flash, ich sag nur, lange Wanderung. Oh, ein Dschungel! Lange, ja. Und kein, äh, kein Ocelot drin. Ja. Ein Ocelot? Ein Ocelot, der fotzt a lot. Du hast dich aufgeregt, dass ich einen Dschungel gefunden habe. Oh, Johnny, ey. Und der war schliess. Ich will ja mal eins unserer Betten mitnehmen. Ne, warum? Zu schlafen gehen, oder was? Ja. Geh heulen. Geh du jetzt nicht schlafen. Geh cutten. Boi. Kaum bin ich hier drin, fängt er es an zu lecken. Wo drin? Oben auf dem Dach? Kann das an den vier... Ich komm jetzt nicht schlafen, ne? Ne, ne. Kann das an den vier Schildern liegen? Weiß ich nicht. Aber eigentlich nicht. An den vier Meteoriten Schildern. Ja. Kann sein, dass es da dran liegt. Ja, aber dann lagts bei dir. Also ich war vorher, da war nix... Ey. Wir haben schon eine halbe Stunde rum. Ich brauche nicht. Haben wir? Ja. Haben wir. Haben wir. Ja, aber mein Handy schaltet sich eine halbe Stunde aus immer. Automagic. Schlecht. Ne, das ist... Jau. Das ist wie ne Tasten, diese Tastensteuerung. Mist drin. Toll. Haben wir noch Cola am Spawn? Ich muss ein bisschen Cola absnapfen. Ja, haben wir noch. Können wir noch ein bisschen mitbinden. Alter. Ja. Was ist? Geh mal einen in die Hölle rein. Geh mal da rein. Was ist? Ja, Gas wahrscheinlich. Ja, ne? Boah, wer schreit da rum? War mit voller. Ja, toll. Das scheiß Gas hat mein Ding kaputt gemacht. Ja. Das ist wirklich so ein Wizard-Ding. Das ist ein Boss. Okay. Hm. Centus, komm mal schnell rein. Von dem Gas bin ich abgehauen. Ja, du hast es hierhin gelockt, du Idiot. Nein, hab ich nicht. Jetzt hat er mein Portal kaputt. 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 Jetzt kommt einer hier hin. Wenn ich jetzt den irgendwie abhaube, macht er euer Portal auch kaputt. Warte. Ja, wir haben keinen Bogen, ne? Ja, ist egal. Warte mal. Versuch ihn mal aufzuhalten. Ich geh mal nen Bogen an. Ich geh mal nen Bogen an. Ich geh mal nen Bogen an. Ich muss doch irgendwo Heilebogen an Bögen haben, ne? Ich bin Lahm, er ist eine der geilsten des Kürsen, die man neuerkriegt. so viel war doch einfach ein pfeil braucht man für infinity ja ist tot ist tot ist tot ja ja wusste noch einer ach nee der ist unsichtbar nur treuert sich gar nicht ich bin der mann da könnte man zwei sehen 11 level brauchen wir verarschen